Und damit willkommen zurück hier bei Faktorio. Onkai. Ja, nein, nein, das läuft okay. Ich wollte gerade sagen, fehlt da irgendwas? Aber nein, es ist in Ordnung, das läuft. Was ja jetzt nicht ganz so läuft, ist ja hier drüben die Geschichte. Erstmal, hier ist kein Stein mehr. Schön. Weiter. Ach so. Ist ja jetzt blöd, dass man natürlich Steine mitnimmt. Ja, dann lass. Ich denke, wir haben genügend Land. Haben wir nicht. Oh, blöd. Ohne Steine. Ohne Steine. Mit Strom. Mit Genügend. Und hinein. So, mach mal. Also, Öl. Ich kann aus leicht Öl Petroleum machen. Petroleum läuft mir hier recht voll. Aus Petroleum mache ich hier... Wenn ich es finde. Irgendwann. Schön, dass ich da dabei bin gerade. Schieß mal zwar ein bisschen langsamer, aber egal. Mach mal den platt. Dann kümmere ich mich darum. Petroleum mache ich Kunststoff. Theoretisch könnte ich da noch mal mehr machen. Mach mal mehr Kunststoff. Was sind die Kisten begrenzt? Wiss ich gar nicht. Müssen wir gleich mal nachschauen. Dieses fette Vieh versperrt den Weg für meine Drohnen, Mann. So. Sag mal hier. Die Frage. Mein Festbrennstoff ist zwar ja in Ordnung. In gewisser Hinsicht nur. Weil irgendwann läuft mir ja auch da die Kiste voll. Das ist das Problem. Ich könnte natürlich jetzt 1000 Kanister damit vollfüllen. Das wird es jetzt allerdings noch nicht so bringen. Hm. Ich gucke gerade danach. Dafür könnte ich noch mal leicht Öl verwenden. Für Polishing Compound. Das soll man so oder so brauchen. Ja. Dann machen wir Polishing Compound. Dann habe ich zumindest Leichtöl das Problem weg. Das ist ja auch hier oben das Problem. Recht einfach gesagt. Wenn ich recht weiß. Genau. Leichtöl ist dann voll. Dann kriegen wir das weg. Und Hauptsache ich. Mein, mein, mein Zeug fließt. Zwar sind jetzt meine ganzen Logistik-Bots dort oben beschäftigt. Aber das ist ja egal. Okay. Polishing Compound wurde hergestellt in einer Öl-Raffinerie. Äh, Chemiefabrik. Dafür brauche ich natürlich wieder mal Eisenplatten. Ein paar Drills hätte ich ja noch. Ein paar Drills hätte ich ja noch. Wie viele Öfen hätten ich jetzt aktuell? Sieben. Mehr wären nicht schlecht. Mehr wären echt nicht schlecht. So. Das heißt. Ab hier. Ähm. Alles weg. Ich weiß nicht, wie viele Stahlplatten da drin sind. Das ist mir jetzt natürlich ein bisschen mau. Mach das mal weg. 6000. Und. Ist natürlich nicht so schön. Ja, komm. Den ganzen Rest können die Drohnen doch wegschaffen. Was soll's. So. Nö. Stahl nehmen wir halt selber gerade mal mit. Ähm. Packen wir halt dann. Da rein. Genau. Super Angelegenheit. So. Dann darf ich hier noch alles weg. Ich hab mir gedacht, dass ich mal so viel Stahl überhabe. Und das auch weg. Das weg. Das weg. Äh. Das war meine Eisenlinie. Okay. Dann haben wir ja da schon mal die Linie, die wir benötigen. Ähm. Im Übrigen. Weg. Passt. Jetzt müssen die nicht. Oh. Ja, das ist natürlich schlecht. Ähm. Gleich will man mit Strom versorgen hier. Okay. Jupp. Da muss eh das Muster liegen. Was wir hier haben. Und du weg. Sehr schön. So. Ich sollte wahrscheinlich erst wieder die Fabriken setzen, weil das hat ja eh auch das letzte Mal so nicht gepasst, ne? Ihr habt ein Abstand dazu. Okay. Das hab ich wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Warum auch immer. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay. Das wird wieder eine Zeit lang dauern, bis die ganzen Öfen da sind. Aber da sind sie ja auch alle da. Also von daher. Lass da weg. Und bitte... Vorderbänder. Ach, ihr Aliens. Jetzt wartet's ab, wenn meine Anlage wieder läuft, mal zu 100%. Mit einer hundertprozentigen Effizienz. Lief sie eigentlich schon mal jemals hundertprozentig effizient? Nein, natürlich nicht. Aber wenn sie mal dann soweit ist, dann werden wir viel Spaß haben, meine Freunde. Ganz viel Spaß. Also ich nicht hier. Blöden Aliens. So. Dann hat man das da. Dann brauchen wir Strom. Das dürfte jetzt rein theoretisch, genau. Hier nehme ich auch wieder nicht lang. Ähm, hier hin. Und hier hin. So, hier hin. Ach, schön. So, perfekt. Jetzt sattle das Kupfer wieder nach unten bringen. Äh, Kupfer. Na klar. Das Eisen nach unten bringen. Jetzt weiß ich ja, warum die Linie da Schwachsinn war. Warum ich die weggemacht habe. Oh. Und die restlichen Drills. Wo? Nee. Kein allzu großer Angriff. Okay, dann soll mir das ja recht sein. So. Also Eisenplatten sind wieder in Arbeit. Das sollte sich auch wieder sehr schnell auffüllen. So. Das bedeutet, ich kann den ganzen Restkran wieder mal wegschmeißen. Allgemein mal das Inventar leer machen. Stahl kann nämlich weg. Yay. Ach, schön. Jetzt sind die Kästen schön leer. So. Warum habe ich eigentlich so viele Motoren in meinem Inventar? Das weiß auch keiner. Glas kann weg. Das kann weg. Der weg. Der weg. Die kommen mal da runter. Die kommen mal da runter. Die dürfen auf oder da runter. Strommasten dahin. Das kann weg. Das kann weg. Die können weg. Weg, 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 weg. Nee. Nicht die. So. Das kann weg. Die brauche ich. Den ganzen Rest brauche ich. Das weg. Oh. Holz muss angeschossen werden. Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Kein Problem. Ähm. Ach, Gott sei Dank. Pass mal auf. Die Drohnen sind doch recht günstig, ne? Kampfschaden. Plus von 10%. Super. Und dann natürlich noch die Drohnenmenge. Wobei, das sollte jetzt eher nicht das Problem sein. Eher das Problem, welche zu produzieren. Munition läuft. Das läuft nicht, weil... vier da drin sind. Er läuft nicht, weil... So. Drohnen müssen nicht gebaut werden. Und hier brauche ich nur die Robotergestelle. Okay. Gar kein Problem. Jetzt. Pass auf. War ja das Problem, dass ich das hier gebraucht habe. Und dafür habe ich Eisenplatten gebraucht. Okay. Oh, die Kiste mit Eisenplatten befüllen muss natürlich auch wieder daher. Ganz klar. So. Und rein. Wobei ich am überlegen bin, vielleicht eine... einen Ofen alleine dafür mal einzustellen, ne? Ich meine, das ist halt mal so. Oh. Einen Haufen anderen Scheiß würde mal einsammeln. War nicht schlimm. Hm. Hauptsache, ich habe jetzt ein paar. Äh... Den bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Das ist dann eher wieder mal der Fall, wenn dann da oben die Teile etwas langsam laufen, aber... Das wird noch dauern. Okay. Dann haben wir Leichtöl. Dann darf er so viel Polishing Compound bauen, wie er will. Oder machen, wie er will. Ich brauchte dafür... Alumina. Ich hoffe, ihr habt das in der Kiste drin. Aber für normal, ja, ne? Weil ich das gerade sehe. Ihr kommt da runter. Ähm... Polishing Compound... Bitte... Raus. Bitte... Raus. Ähm... Das verstehe ich nämlich jetzt gerade nicht, warum ich das gemacht habe. So. Packt das da rein. So, der kann auch rein voll machen, weil Schwefel, wenn das verarbeitet wird, gar nicht mal so schlecht ist. Harz wird schon wieder nicht gemacht. Ja, ja, gut. Schweröl. Altbekanntes Problem. Altbekanntes Problem. Okay. Leichtöl wird hier Gott sei Dank mal verarbeitet. Das... Das da? Nee, nicht. Das ist ja blöde. Ja. Mehr, mehr. Bessere Drohnen. Bössere Drohnen. Na, sag mal. Ähm... Falsches Loch. So, komm her. Hier rein. Oh, yeah. So rum. So rum da unten mal ablegen. Hier hin und dahin. Passt es besser. Bitte leicht Öl. Das könnte ich vielleicht unendlich machen in Kist. Ah, was heißt unendlich? Das klingt so blöd. Leichtöl. Und leicht Öl entleeren. Trotz alledem mal so machen. Dann haben wir, ja... Polishing Compound. Fast fertig, ne? Wir müssen noch einmal rein. Wegen Alu-Bar. Hier. Das darfst du voll machen. So. Dann hätten wir das. Okay. Eisen gefixt. Jetzt ist das da unten gemacht. Das ist die Frage. Die fliegen. Ich folge denen einfach mal, weil das sieht schon ziemlich danach aus, als würden die gezielt wohin fliegen. Ja. Perfekt. Ist doch schwer, Öl hier oben. Ist hier in der Kiste drinnen. Perfekt. Es kommt nur nicht genügend nach, weil mir natürlich netterweise dieses Salz fehlt, ne? Ich habe aber hier eine ganze Kiste voll. Okay. Kein Problem. Hier oben läuft soweit auch alles. Sehr schön. So. Das Leichtöl hier oben wird für nichts gebraucht, ne? Das ist nur angeschlossen, um Petroleum herzustellen. Ansonsten läuft mir das da wieder voll. Wie wäre es, wenn ich jetzt trotzdem hergehen würde? Ich kann wahrscheinlich... Doch, ich kann. Bauen wir mal zwei von denen. Und die machen wir dann wirklich zu Petroleum. Dann würde ich jetzt wirklich nicht einfallen, wo ich hier oben... Das Ganze soll nur für die Forschung sein. All der ganze Rest soll von dort hinten kommen, ne? Es wird ja auch nichts abgefüllt in irgendwelche Sachen. Nein. Passt. Ach, 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 ach. Herrlich. Guck dir mal diese breite Front an. Der rennt hier wahrscheinlich so meinem Zug gerade hinterher. Nee, der Zug ist da. Geil. Wir wollen da hin. Wir wollen da rein. Wir wollen da rein. Bis dahin kommen sie. Yes. Müsst man eigentlich mal so eine Markierung machen. Da unten natürlich mal ein Drill-Angelegenheit. Super Angelegenheit. Danke. 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 Ich habe eher das Problem, dass das blöde Ding vollläuft. Willst du mich verarschen? Weil ich kein Petroleum mehr hier oben verarbeite. Ja klar, ich mache hier nur Plastik draus, ne? Ah. Ey, das ist doch zum Heulen. Das Einzige, was man machen kann, ist halt mehr Plastik, ja? Dass es da nicht verloren geht, aber, ähm, den Sinn und Zweck mussten wir dann mal einer erklären. Wo ist es denn? Seid ihr, ihr seid so ganz stinknormale. Okay. Jetzt habe ich gerade gedacht, die wären in meiner Basis drin, würden hier alles zerlegen. Äh, ihr habt 150, äh, 48. Und die Stahlkisten haben 48. Wenn ich... Das würde gehen. Das bringt jetzt zwar wirklich sauviel, gebe ich zu, aber okay. Dann... Machen wir das gerade mal so und befüllen hier nochmal zwei von denen. Wenn es zu viel wäre, denn so... Achso, warte mal, kopieren brauche ich nicht. Wenn es zu viel wäre, denn sollte... Pass mal auf. Batterien... Das da... Schwefel... Lubrikant wird aus Schweröl gemacht. Schweröl zu Leichtöl, Leichtöl zu Petroleum, Schwefelsäure daraus, aus, äh, Kohle zu Schweröl, Eisenoxid, das da, Petroleum... Sauberes Wasser und Kohle ergibt auch Petroleum, okay, Flüssigbrennstoff wäre ein... Ne, bekomme ich nochmal aus Kohle... Leichtöl, Flüssigbrennstoff. Wann ist man mit dem Flüssigbrennstoff? Sagen wir es mal so rum. Ergibt Petroleum Gas zum Wasserstoff. Ja, aber Wasserstoff brauche ich jetzt an, hier so viel. Ähm... Ich gucke jetzt lieber mal so rum nach, ne? Flüssigbrennstoff... Was kann ich mit Flüssigbrennstoff machen? Schweröl, das haben wir ja schon... Ja, ein A25... Kann ich auch gleich das so verarbeiten, ne? Mach Plastik, Feierabend ist... Kann ich noch jahrelang überlegen, was ich mach, ne? Wartet nur, wenn meine Kampfroboter volllevelt sind. Ja, dann besuch ich euch nochmal, ja? Dann geht's ab. Ja, jetzt krieg ich da kein Zeug mehr an. Das ist super! Ah, gut, festgestellt, wir haben ja eh genügend. Wobei ich ja jetzt dran denken muss, dass ich jetzt hier das Zeug natürlich doch brauche, wie blöd. Und hier natürlich immer wieder mal reinguck. Das sieht dann nicht mehr so traurig aus. Ja, sieht's nicht mehr so traurig aus. Da drin sieht's traurig aus, so. Bingo. Solange ich jetzt kein Plastik großartig anfordere, sollte es gehen. Wisst ihr was? Ich mach da raus. Pass mal auf, das sind doch 48. Wenn ihr jetzt hier eine große Stahlkiste draus macht, dann hab ich wesentlich mehr... Holt euch euer Plastik, bitteschön, von woanders, da ihr kleinen, notgeilen Trauerhäden. Ich glaub, es sagt... Mensch, dann kann ich das irgendwann zu einer noch größeren Küste machen. Passt. Schön. Okay. Dann hätten wir das. Äh, hier unten ist halt, weil Wasserstoff recht voll ist. Okay. Kein Problem. Oh, ich glaub, wir haben einen Neck. Wir verlieren Wasserstoff. Dam, 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 dam. Klaude, ich komm noch. So, dann kann sich das wieder füllen. Hier unten können wir weiter produzieren. Sehr gut. Zunächst. Eisen staut sich. Das ist sehr schön. Die Kiste wird, ähm, miserabelstvoll. Okay. Und, ähm, wir haben ja davon noch eine, weil Plastik, haben wir ja gesehen, stellen wir nicht her. Die drohen wollen's und, ähm, weiß nicht, wer einen fördert. Schön. Na. Hier hin. So. Dann gehen wir rein und raus. Rein und raus. Hier hin und dahin. Und Frage an nach dem Falschen. Und hier einen Kompressor. Also, du fragst an nach Petroleumgas. Das wir, wenn schon, denn schon da drin finden. Das sind die leeren. Chlorwasser. Chlorwasser. Das ist Stickstoff. Sauerstoff. Petroleumgas. Okay. Ja, 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 ja. Passt, passt, passt. Du wirst wieder bitterweise begrenzt. Dann kann da schon mal nichts passieren. Vielleicht ist das ja auch das Problem. Dass da irgendwo eine Kiste vollläuft. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Du brauchst. Wer hätt's gedacht? Kohlen. Ähm, okay. Dann hätten wir das. Sehr schön. Ähm, the next. Äh. Wäre, hier unten, dem fieh ich mal ganz kurz auf die Zähne zu fühlen. Ach, da ist nur, da fährt auch ein Tor. Okay. Kein Problem. Wollen wir grad mal Mauern. Warte mal, Mauern werden auch hier hergestellt. Ja, super. Lass mich aber überlegen, ob ich mich gleich das ein lot. Ähm. Die Dinger da selber herstellen, das noch. Aber so viel brauche ich gar nicht von denen. Ich hab grad gesehen, dass ich ein paar von... Komisch, weil es halt Alarm gab. Ja, wir sollten doch greifen die jetzt schon wieder an. Äh. Meer. Sehr schön. Ah, ja, jetzt ist da unten erst... Äh, nein, das war falsch. Mmh. So. Genau, jetzt greifen sie da oben erst an. Das ist, wenn jetzt mehr von den Grünen da werden, ne? Ja, oder von denen da. Wenn jetzt der Zug kommt... ...wär's schön. Halleluja. Hm. Zug. Komm schon. Dein Auftritt. Das wär' schön. Bezweifelst du, dass der überhaupt rechtzeitig schafft? Nein, jetzt kommt er. Jetzt, wo die Party vorbei ist, ist ein blöder Zug. Ein blöder Mann. Okay. Jetzt wär's mal schön zu wissen, wie's aussieht. Achso, ich muss ja mal nach oben gucken. Also, da irgendwo. Ob wir jetzt einigermaßen genügend... ...Material haben. Du drehst dich wieder mal, du sammelst. Im eigentlichen Sinne könnte ich das ja eher so machen, ne? Na, da kommt ja gar nicht hin, da ja. Äh, nee. Ist mal mindestens einer zu viel. Na gut, aber sobald wir die nächste Geschwindigkeitsstufe haben, sollte es lang von den Drills. Kann sich nur um Jahre handeln. So. Wie sieht's denn da aus? Haben wir jetzt eigentlich schon irgendwas Schönes rausbekommen? Achso, weil da immer noch keine Schwefelsäure ankommt. Ach, ist das herrlich. Achso, Schwefelsäure würde ich eigentlich schon in den Fässern verpassen. Ich denke, nein, ne? Also, es heißt... ...ähm... ...hier. ...machen wir. Äh, Schwefelsäure... Äh, ich brauche nur noch Eisenplatten. Egal. Ach. Also, ich wollte gerade sagen, wieso kommt da oben jetzt schon Wasser an? Ähm... Machen wir das da. Dann brauchen wir da. Das da. Da, da. So. Wasser. Dann braucht ihr... ...einmal... ...so was. Und... ...s... 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 ...summer. Treffen ist heute nicht so mein Fall. Rein, raus. Da bekommst du... ...da bekommst du... ...s Weffel. Und ich hätte drinbleiben können. Das da. Du packst... ...Schwefelsäure hier rein. Passt perfekt. Gut. Sagen Sie mir, was du jetzt brauchst, sind ein paar Eisenplatten. Okay. Dann hätten wir jetzt auch Schwefelsäure endlich angeschlossen. Dann hätten wir zumindest noch ein weiteres... ...Ding, um Petroleum hier mal abzubauen. Das einzige, was jetzt... Ja gut, äh... ...das da müsst ihr jetzt sicher jetzt dann langsam aber sicher leeren, ne? Weil ja... ...leicht Öl in Fässern verpackt wird. Was auch schon richtig schön voll ist. Okay. Es nützt mir nichts. Wenn ich das jetzt mache... ...du darfst auf Reise gehen. Was ich mal machen könnte. Mal wieder. So langsam aber sicher wird es hier zu einer nervigen Gewohnheit, das zu machen. Sind die mit Polishing Compound soweit fertig, oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, es läuft! Die sind tatsächlich zu langsam. Ja, die Sachen hier, die müssen wir dann da rausbekommen. Ah, es wird lustig. Mein Gott, wie schnell sich das füllt. Wahrscheinlich werde ich die ganzen Knochen verarbeiten müssen. Ah, das wird noch Nerv. Okay, allerdings ich sehe, dass ich schon wieder wirklich Ewigkeiten aufnehme. Jetzt will ich trotzdem noch kurz dort rüber gucken und dann schauen, dass das da unten auch läuft. Nee, Nitinol müsste ich eigentlich schon machen, ne? Oder? Das ist es lustig. Hm. Wenn, dann wäre es ja hier irgendwo. Nö. Okay. Also er bekommt auf alle Fälle schon mal leicht Öl an. Und da drüben macht er mir da alles kaputt. Ach, eine Drohne. Ja. Okay. Gefällt mir soweit. Einigermaßen. Jetzt nochmal ganz kurz dort oben drüber gucken, weil ich das nächste Mal lieben gerne jetzt dann doch mal den Aliens richtig gegen den Kampf ansagen möchte. Wäre nicht schlecht. Wie viele haben wir jetzt? Oh, das hat gut abgebaut, ne? Also, es sind nur noch 1200 Stück. Und es fehlen grüne. Weil. Was fehlt? Klickarmroboter. Interessant. Weil. Zu wenig elektrische Schaltkreise ankommen. Weil. 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 die zu langsam sind. Also kommt, das machen wir doch noch schnell. Mach mir die. Das ist auch interessant. Also das hatten wir schon mal, gell? Da oben. Bei, äh. Den Chips. Wo sind sie? Wo sind sie da? Zack, zack. Zack, zack. Okay, das gefällt mir. Es sind halt nur noch die drei. Ist halt so die Frage. Langt das oder sollte ich den da hier vielleicht wieder umstellen? Ich meine, ich kann den ja hier noch zur Unterstützung mal dazu einlassen. Und dann halt, ja, die Förderbänder machen. Wobei, da würde ich gerne warten, bis ich die ganz schnellen habe. Achso, warte mal. Für die ganz schnellen brauche ich ja noch die grünen Prozessoreinheiten. Oh, die müssen wir noch mal. Die waren, glaube ich, auch kompliziert, ne? Die Prozessoreinheiten. Dazu brauche ich die hier. Da brauche ich natürlich das Gold dann da oben. Ja, wird ein bisschen Arbeit doch werden. Okay. So schnell, äh, werden wir nicht fertig werden. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Und, ähm, bleibes aus. Bis zum nächsten Mal. Baba.